So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinen Let's Play Little Nightmares. Okay, da ist schon wieder so ein Hebel. Na, geh auf, ey. So, da warten wir jetzt mal ganz kurz. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Er geht wieder. Okay. So, bitte bleibt da oben. So, da oben haben sich Haken bewegt, das heißt, ich muss wahrscheinlich in die Mitte und da raufklettern. Nehme ich mal stark an. Wir bleiben mal da ganz kurz drinnen und warten wieder, bis der linke geht. Passt schon, ja, ja, such mich nur. Müsst mich sicherlich finden hier unten. Sicherlich. Ganz ruhig. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. So, wie wäre es, wenn du dich schleichst, wenn schon der andere Kollege da nach rechts geht, hä? Herr Haubenkoch. Herr Haubenkoch. Ja, genau, jetzt kommt der rechte und tut abwaschen, aber er geht wieder. Okay. Ah, sehr gut, jetzt, 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 jetzt. Kann ich da einfach... Ja, sehr gut. Sehr gut. So, ich hoffe, ich habe jetzt da keinen Mist gemacht. Momentan funkt es, es funkt, es funkt. Er kommt nicht auf die Idee, dass er das umschaltet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich schätze mal, da muss ich runter. Und laufen. Ja. Lauf, 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 lauf. Offe, offe, gib Gas. Nein! Ich habe aber gedacht, das geht sich aus. Ich wollte nicht warten, bis der nächste Haken kommt. Ah, schade. Aber es hat funktioniert. So, schauen wir mal, wo wir rauskommen. Lauf. Okay. Lauf, 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 lauf. Slide. Alles cool. Alles cool. Rauf, lauf, lauf. Ja. Sehr gut, wir haben es geschafft. Na, ihr zwei, was macht's jetzt da? Bin trotzdem durchgekommen. So. Nein, was mache ich für ein Dreck? Ah, 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 ah. Ja, es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, wie man geht. Wenn ich den Stick nach rechts drücke. Okay, lauf. Lauf, 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 lauf. Slide. Komm, 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 komm. Lauf. Lauf, 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 lauf. Rauf. Rauf. Und? Oh! Ja! Sehr gut. So. Haben wir es wieder geschafft. So. Jetzt nur nicht runterfallen, Herzfäller, bitte. Lalalalalalalala. So. Ich gehe langsam. Diesmal gehe ich langsam. So, geschafft. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Küche. Trophäe erhalten. Okay. Sehr, sehr gut. Boah. Komm in den nächsten Abschnitt. Bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Fünf Minuten haben wir dafür gebraucht. Okay. Gehen wir mal da rein. Ah, schaut's. Wieder so ein Gnom. Den drücken wir mal. Alles ist gut. Bin da. Einen Speicherraum. Nehme ich mal an. So. Sonst ist... hier nix. Okay, passt. Na. Geh durch die Lucke. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Alles cool. Da ist eine Leiter. Die kreuen wir gleich auf. Habt ihr gesehen, wie ich jetzt da vom Weg abgekommen bin? Unglaublich. Es ist schwer einzuschätzen. Wirklich. Ist aber trotzdem gut gemacht. Das passt schon. So. Wir sind draußen. Was ist das da oben? Lauter fette Leute. Okay. Oh, das Wasser schaut geil aus. Sehr, sehr gut gemacht. So. Festhalten. Und wahrscheinlich rauf. Nehme ich einmal an. Das Wasser werden wir, glaube ich, wohl kaum müssen. Aber schaut sich die fetten Leute an. Da hinten. Da hinten. Was machen die da? Ist das ein Touristending? Touristenschiff? Wenn man das so sagen darf. Aber wir sind draußen. Ah, schön ist das. Mal Sonnenlicht. Farben. Nicht immer nur Dunkelheit. Ah, ist das geil. Da kommt mir gleich ein anderes Gefühl rauf. Eine Möwe. Aber da unten. Die fetten Dinger da. Bin gespannt, ob wir die auch von nah an dann sehen werden. Na ja. Da unten gehen ganz eh schon. Schön, wie sich die Kamera darauf eingestellt hat. Boah. Schaut sich das an, wie viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Da kommt der dreizehnte. Und der vierzehnte. Okay, gut. Ich glaube, das hat kein Ende. Entweder ist das für Touristen oder keine Ahnung. Wieso wollen die mich dann essen? Wir haben eh Fisch und Fleisch und alles Mögliche da oben. So, da zünden wir mal ganz kurz an. Damit wir was sehen. Okay. Wir kommen wieder in einen neuen Abschnitt. Schauen wir mal, wo uns der jetzt hinbringt. Ich bin gespannt, ob wir die jetzt noch näher sehen werden, diese Viecher. Ich bin gespannt. Ich lass mich überraschen. Dun, 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 dun. Und, wo kommen wir raus? Okay. Passt. Nach rechts geht's nicht. Okay. So. Da durch. Wow, 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 wow. Aufpassen, dass wir nicht wieder runterfallen. Ich glaube, da geht's weit runter. Was ist da? Alter. Fetten Scheißviecher da. Die haben Masken auf, oder? Oder einige. Quasimodo wäre stolz. So. Gehen wir weiter. Wo geht's denn hier hin? Ich möchte wissen, wo ihr hingeht. In die Küche. Schaut euch das an. Wie fett. Zu viel Fast Food, hm? Zu viel McDonald's. Burger King und diesen Scheiß direkt da. Ich esse auch nicht mehr seit einigen Jahren. Oh, da oben, da steht die Heute. Was auch immer die da macht. Okay. Hier rechts rein. Und. Sehr gut. Und. Sehr gut. Und. Oh. Sehr gut. Schaut euch das an? Okay, gut. Da gehen manche nach links und manche gehen geradeaus weiter. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, da können wir durch. Gibt's da hinten irgendwo was? Noch eine Figur oder irgend so was? Scheint nicht so. Nichts zum Speichern. Keine Lampe. Nichts. Kein Gnom. Okay. Okay, da verstecken wir uns mal. Schaut euch das an. Wie viel zum Essen. Alle gierige Menschen, ne? Boah. Boah. Meine Güte. Sieht mich der? Wenn ich da jetzt reingehe. Schaut euch die kurzen Beine an. Schaut euch das. Gesicht an. Boah, wie er dran knabbert. Schmeckt gut, gell? So, aber der sieht mich anscheinend nicht. Das war mir sowas von klar. Okay, so schnell ist er nicht. Kommt er da rauf? Na komm, Fetzer, komm. Na komm, beweg dich. So, ganz ruhig. Wir bleiben unterm Tisch. Der Typ da oben hat mich noch nicht gesehen. Boah, schaut euch das an, wie sie ist. Mh, wie so ein Hamster so. Nein, es ist gründig. Boah, scheiße gründig. Okay, sieht mich allerdings nicht. Da rauf müssen wir. Okay, ich seh schon. Ich seh schon. Ich hoffe, das kann man so schnell wie möglich machen. So, ab geht's. Einmal, zweimal. Auf, 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 auf. Und hopp. Naja. Naja. Na, sie wird aber gleich aufgegessen. Ohne irgendwas. Vielleicht ist auch lebendiges Fleisch für die, ich weiß nicht. Irgendwie lieber. So, da können wir einfach durch. Und jetzt müssen wir wieder laufen. Gut, 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 gut. Na, komm her. Komm. Bisschen Bewegung schadet da nicht. Und schwupp. Na gut. So schwer war das jetzt auch nicht. So. So, meine Batterie geht leer. Sehr gut, dass du mir das schreibst. So, da kommen sie eh nicht ran. Ich hab den Sprung jetzt nur nicht geschafft. Aber das muss sich doch ausgehen. Und hopp. Geht ja. So, schwingen. Und hopp. Gott sei Dank. Sie ist nicht rangekommen. Sehr, sehr gut. So, was haben wir hier? Da haben wir Würsteln. Okay, ich kann aber nicht raufgehen bei den Würsteln. Ich drehe mal die Kamera da. Da links können wir raufklettern. Das heißt, ich muss... Was? Ich muss auf den Tisch? Euer Ernst? Ich muss wirklich rauf auf den Tisch? Ah, danke. Anscheinend nicht. Oh, komm her. Ich hab dich lieb. Braver Gnom. So, das haben wir auch. Oder vielleicht doch. Das scheint mir... Kein... Ah, nein. Nicht rücken. Passt schon. Oder aufheben. Oh ja, ich nehm ihn einmal. Lalalala. Ich trage dich spazieren. Da, 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 da. Na, außer jetzt. Aber hier geht's nirgends so weiter. Da hängt sogar eine Socke. Wie auch immer die da reinkommt. So, du bleibst da Gnom. Ich geh da rein. Da hinten haben wir so ein Bild. Da werde ich aber nicht raufkommen. Oh ja, komm ich sogar. Okay, mit dem Bild kann man auch nichts machen. Ich muss wirklich rauf auf den Tisch? Ich muss mich nicht rauf auf den Tisch nehmen. Tatsächlich, ja. Oh ja, ich muss mich nicht rauf线 machen. So, wir warten, bis es wieder rüber geschwungen ist. Es könnte sich nur um Stunden handeln. Und schwupp. Bringt sich das was, wenn ich das minimiere? Nein. Okay. Ich kann einfach rüber. Ja, frisst es nur. Frisst es nur. Habt ihr recht. Frisst es nur. So, ähm. Da kann ich nicht rauf. Aber ich könnte da nach hinten gehen. Da könnte ich rauf. Oder? Ja. Ah. Lauf, 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 lauf. Ho. Untopp. Na komm, na komm, beweg dich. Na komm, kannst du das auch? Kannst du das? Ha, 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 ha. So. Okay, da darf mich keiner sehen. Da muss ich leise sein. Gehen wir mal da in den Schatten. Okay. Der sieht mich. Da kann ich eh durch. Ohne irgendein Problem. Ah, da bleibt er stecken. Na, bist du so fett, dass du da durchkommst, da? Hallo. Hallo. Frischfleisch. Na komm, na komm, hol mich. Na komm, probier's. Na gut. Wahrscheinlich drüber springen, oder? Eins, zwei, und drei. Und rein nochmal. Und lauf. Lauf, 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 Mädchen. Lauf. Lauf. Huuu. Huuu. Geschafft. Geschafft ist geschafft. Geschafft. Okay, da oben haben wir wieder eine Puppe. Oh. Komm, 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 komm. Irgendwo was zum Verstecken. Da. Er müsste eigentlich jetzt daherkommen, oder? Ich warte noch lieber. Ich warte lieber. Ich warte noch immer. Warten, 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 warten. Vielleicht geht er jetzt scheißen. Da könnte man dann auch zuschauen. Das wäre cool. Was ist mit dem fetten Koch? Okay, er kommt nicht. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Gut. Dann gehen wir raus. Äh. Da rauf müssen wir. Äh. Okay. Da rauf geht's nicht. Na, ist eh klar. Ah, er kann. Aha, das Spiel verbietet ihn, dass er da reinkommt. Das Spiel verbietet ihm, dass er da reinkommt. Okay. Äh. Es ist jetzt nur die Frage, was ich halt jetzt machen soll. Der Typ steht vor der Tür, aber direkt vor der Tür. Und ich weiß nicht genau, was ich zu tun habe hier drinnen. Wie ist das Klobapier? Sie hat den Spiegel anvisiert. Okay. Kannst du irgendwas nehmen da? Da nicht? Ha, 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 jetzt hast du die Türe zugemacht, hm? Fettsack. So, ähm. Sie hat die Türe anvisiert. Äh, ich brauche irgendetwas schwer. Äh, die Türe, sage ich. Den Spiegel hat sie anvisiert. Entschuldigung. Aber mit dem Klobapier, glaube ich, geht das nicht. Nämlich, wenn ich jetzt da hergehe und X drücke, gedrückt halte, wirft sie das Klobapier daher. Ja, es ist schön. Aber ich hätte gern da oben die Dose, zum Beispiel. Das ist zu schwer. Dann probieren wir es weiter mit dem Klobapier. Ha, ha. Ah, wie kriege ich denn das da jetzt runter? Kann man das mal erklären? Also hier kann ich nichts machen. Ich kann auch nirgendwo da greifen oder irgendetwas nehmen, außer das Klobapier. Aber mit dem Klobapier kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das da einwerfen kann. Ich brauche da oben rechts die Dose. Wie kriege ich denn die Dose darunter? Wie kriege ich die Dose darunter? Kann ich die runterschießen mit dem Klobapier? Wah, schaut mal da. Meine Fußspuren da. Ganz schwarz. Wah, ist das grindig. Naja. Okay, das geht nicht. Aber das wird auch zu hoch sein, oder? Für sie. Um das da raufzuwerfen, oder? Ich kann die Türe auch nicht mehr aufmachen. Alter, was ist das für ein Bug? Aber die Dose ist unten. Könntest du mir auch in die Comments schreiben, ob das bei euch so war? Tatsächlich. Und jetzt muss ich da durch. Barfuß, oder was? Aber ist cool. Er ist voll mitten in dem Bug drinnen. Er hätte mich eigentlich reinverfolgen müssen. Schätz einmal tief. Und hätte halt dann oben die Dose runtergehauen. Also ich hätte ihn sogar gebraucht, dass er mir den Lösungsweg halt eröffnet. Sagen wir einmal so. Naja. Ohne zu schneiden gehen wir da durch. Ach, natürlich. Ohne uns zu schneiden. So, ähm. Ich schätz einmal tief da rauf. Er ist noch immer im Bug. Okay. Na, bleib drinnen halt. Passt schon. Bist du noch immer im Bug? Na, jetzt ist er weg. Er ist jetzt ganz weg. Ah, da komme ich auch zur... Wie heißt es? So, dieser Puppe da hinten. Und den Fahrstuhl kann ich verwenden. Okay. Den Fahrstuhl hat er mir raufgebracht. Okay, okay, okay. Ich verstehe. So, ich gehe extra langsam. Damit ich mich nicht da verdue. So, dann haben wir das auch. Passt. Gespeichert. Und rein in den Fahrstuhl. So, dann schauen wir uns mal hier oben um. Ah, was zum Speichern. Sehr gut. Okay. Oh. Lauf, 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 lauf. Bist du, Tepper? Da sind viele. Viele, viele, viele. Zu viele. Wohin? Wohin? Einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. Sliden. Sehr gut. Beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Mädchen. tun naja wo komme ich raus okay gut gleich bei der verfolgung sagt gut zu wissen naja sehr schön gewesen wenn ich das beim ersten mal geschafft hat also wurscht jetzt ist natürlich die ganze spannung weg jetzt kennen wir uns schon aus die gas die gas die gas die gas die treppen springt man prinzipiell runter und ob es und einfach nur da auf der seite durch ja mehr als dass ich drück kann ich nicht um den einen hat sogar runter gehört das machen wir jetzt noch in dem bad ich mache jetzt keine katz nein so wie das gewohnt seit von mir nein nein wir machen das schon so und ab geht's er zwei ist doch drücken also festhalten gewesen l2 was helfen ja sonst wird es ja nichts leidender und es wird sich ja nicht jetzt anhalten oder jetzt zum beispiel es ist echt komisch gemacht ich bedanke mich ganz herzlich wie immer für euer zusehen macht das gut tschüss papa euer herz fehler